Sie waren Menschen wie du oder ich. Als sie am Morgen des 22. März 1985 aufwachten, machten sie eine grausige Entdeckung. Sie waren nicht mehr dieselben und sollten es nie mehr sein. Ihre Leidensgeschichte erzählt jetzt ein Film. Tyson! Haben Sie geklopft? Doppelgeaster! Drei gegen drei! Niedensinger! Drei gegen drei! Wikineraden! Drei gegen drei! Dessen sehen! Drei gegen drei! Doppelgeister! Drei gegen drei! Drei gegen drei Applaus